seid gegrüßt meine camping und outdoor freunde so hier es geht los ich habe jetzt zwei stunden gebraucht um das ganze krims krams hier zusammen zu suchen natürlich auch den anhänger hier zu montieren hier habe ich noch eine werkzeugtasche hier ist meine powerbank drin die mein handy lädt noch ein paar setzkabel weil ich habe ja schon mal die erfahrung gemacht man sollte immer zwei von den usb kabeln dabei haben dann schaut mal hier habe ich einen neuen helm alles selbst gekauft sogar mit rücklichtern und blinkern die fernbedienung dazu ist hier ich habe sie am letzten video angekündigt heute fahre ich zum brein glaube 65 kilometer ich blende das mal hier ein das streckenprofil auch die entfernung sollte machbar sein zumal ich ja hier diese tolle jackery power station dabei habe mit 1000 watt stunden ladegerät muss ich natürlich auch mitnehmen das ist fürs fahrrad falls ich nachladen muss hier habe ich noch vorsichtshalber das ladegerät von der power station an sich mitgenommen ja hier ist noch mal so ein bedienpanel das ist von meiner heizdecke habe ich euch ja gesagt ich habe hier eine heizdecke dabei das möchte ich auch hier rüber betreiben hier habe ich noch eine akkubetriebene luftpumpe dabei die geht richtig gut falls ich meine panne habe ja hier der schlafsack ist ein winterschlafsack ich habe die original hülle nicht gefunden habe hier so eine andere hülle genommen hat gerade so reingepasst ist aber gut so da ist das schön komprimiert hier habe ich noch eine isomatte ein zelt ja ihr habt richtig gehört zelt ich habe zwar eine hängermatte aber ich dachte mir ich probiere es erstmal mit dem zelt aus hängermatte bin ich mir zu unsicher ob das ganze sinn macht also nicht beim brein ich werde das mal hier in meiner region ausprobieren dann kann ich etwas flexibler reagieren falls ich noch nachfrieren sollte oder so dann kann ich dann halt nach hause fahren ich bin halt ein bisschen ängstlich was das betrifft oder sagen wir mal unerfahren tisch stuhl regen sachen ich weiß gar nicht ob es regnen soll hier noch mal bisschen trinken hier habe ich noch mal zwei liter wasser in meiner trinkblase drin ja das ist hier grundsätzlich dabei so eine panzerklebeband rolle poloschlüssel falls ich das braucht dann hier noch küchen utensilien und hier wechselsachen beziehungsweise warme sachen zahnputzzeug und hier drin ist noch meine verpflegung verstaut ach ja da hinten noch das solarpanel ich möchte wenn ich dort ankomme und sonne habe mein fahrrad nachladen und gleichzeitig mit dem solarpanel diese powerstation nachladen zu guter letzt meine drohne wenn ich sie noch mitkriege und noch ein relativ für die gopro kamera mit der ich gerade filme deswegen könnt ihr die nicht sehen ja jetzt muss das ganze zeug da rein da mache ich mal zeitraffer an damit ihr das so ein bisschen mit beobachten könnt wie ich das da versuche rein zu stopfen also viel mehr hätte es nicht sein dürfen schaut mal also die powerstation passt hier vorne perfekt rein das sieht man jetzt nicht aber hier so ein trennnetz das kann man einstellen wo das hin soll und so ist das für sich abgetrennt ja ich habe jetzt hier noch ich glaube was wurde das die hose die regenhose nein das wird die regenhose das wort die isomatte genau und das stativ hier mit vornherein gepackt alles andere ist dann hinten drin passt perfekt rein würde ich sagen ja wie gesagt mehr hätte es jetzt nicht sein dürfen genau das wird jetzt hier mit dieser plane einfach nur abgedeckt das ist regendicht regen fest hier unten eingehakt auf der anderen seite auch ich brauche eigentlich zwei hände genau und dann ist das schön regen fest verpackt vorne genauso ich habe lange überlegt welchen anhänger ich mir kaufe ich habe den ja selber bezahlt habe da keine zeit gehabt weil ich die tour machen wollte um dann noch wegen der kooperation nachzufragen also ich kaufe auch hin und wieder selber und dieser anhänger ist wirklich mein favorit gewesen und ich habe es nicht bereut ich wollte erst so einen einspurigen haben aber ich glaube da hätte ich das nicht alles reingekriegt bin ich wirklich froh dass ich jetzt diesen zweispurigen habe wie er sich bewährt muss man halt sehen und dasselbe gilt für das fahrrad das ist jetzt eine extrem tour für das fahrrad also aus meiner sicht brian hat mir schon gesagt du wirst es freuen weil er ist ja jetzt hier die strecke schon zweimal hinher gefahren und hatte jedes mal geschimpft über diesen streckenverlauf das viel shorter dabei kopfsteinpflaster alles mögliche so und ja das ist halt so ein stresstest für das fahrrad auch für mich weil ich will das ja mal richtig prüfen und testen ob das auch anhänger tauglich ist ich würde sagen auf geht's und wie sehe ich aus aber nebensächlich die sicherheit geht vor ja die strecke ist ja nicht ganz ohne und so ein helm schadet nicht wenn er gut passt schauen wir mal also ich bin jetzt 4,3 kilometer gefahren ja seht ihr ja 60 kilometer habe ich noch vor mir und ich fahre die ganze zeit unterstützungsstufe ja zwei habe ich meistens drin hier geht es jetzt minimal bergauf und dann sieht man auch die watt anzeige seht ihr das also jetzt geht es ein bisschen bergauf da ist man so bei 200 watt aber es schiebt schon gut also das reicht vollkommen aus aber minimal bergauf gleich ein zwei prozent ja der anhänger also das ist ja wirklich eine wucht ich habe mich paar mal umgedreht um mich zu vergewissern dass er noch da ist ich habe ich merke ihn nicht der ist da läuft hinterher das merkst du einfach nicht das ist total krass trotz dass der ziemlich gut beladen ist ich schätze mal naja allein die powerstation das solarpanel 13 kilo also 20 kilo gewicht der anhänger noch mal 6,5 kilo ja also irgendwas zwischen 25 und 30 kilo ziehe ich hinter mir her und das merkst du nicht also was das ausmacht ist wirklich wahnsinn jetzt verstehe ich auch den andreas kurm dass damit sein anhänger ohne akku fahren konnte denn das ist ja auch möglich ja also es sei denn es geht richtig bergauf dann merkt man schon ja ich fahre jetzt erstmal ein stückchen durch zeit durch ich mache die kamera heute nicht so oft an damit das video nicht so lang wird ich will vor ort noch ein bisschen filmen ja aber ein paar aufnahmen gibt es die drohne habe ich auch dabei also weiter geht's ich bin ich bin jetzt hier an dem berg da ist vielleicht so acht prozent naja müsst ihr mal nachmessen aber ungefähr geschätzt zwischen fünf und zehn prozent ja und da sieht man schon dass da hier einiges watt geht wenn ich jetzt hier auf die drei stelle 45 ich muss mich aktuell nicht wirklich anstrengen vor mich hintrampeln ein bisschen anstrengend ist es aber nicht viel und der wind geht ganz schön tolle ich hoffe ihr versteht mich überhaupt ja ich befürchte dass mit der drohne wird schwierig kommt nämlich gleich die stelle wo ich filmen wollte so ein akku strich habe ich jetzt verloren 13 kilometer ich meine ich hätte jetzt nicht stufe fünf fahren müssen das habe ich jetzt nur wegen der filmerei gemacht aber man kann sehen sind jetzt vier striche da ich denke ich werde zwischendurch mal eine kaffeepause machen und dann werde ich auch das panel dranhängen solange die sonne so schön scheint und dann auch das fahrrad gleich noch mal nachladen das ist ja merkwürdig jetzt ist der strich wieder da jetzt habe ich wieder fünf striche cool also akku hat sich von alleine wieder aufgeladen muss ich gar nicht die power station dranhängen naja ich denke das liegt einfach daran dass sie vielleicht spannungsabhängig reagiert und wenn man die etwas belastet dann geht die spannung bisschen in die knie jetzt fahr ich geradeaus weniger belastung unterstützung und dann ist die spannung wieder normal kopfsteinpflaster kabel habe ich eingeschalten also ich merke aber fast nichts aufgrund meiner sattelfederung das geräusch war wieder das schutzblech ja und der anhänger den hört man aber den merkt man wie gesagt nicht so Es ist richtig angenehm, mit diesem Gespann hier über Charterpisten zu fahren, wo Schlaglöcher sind. Man muss gar nicht sehr aufpassen. Hier, ich habe gerade was entdeckt, zeige ich euch mal. Da hinten seht ihr es schon, an diesen Hochspannungsleitungen, da hängt jemand, seht ihr das? Und da auch, ja, der ist weit unten. Ja, das sind die sogenannten Höhenarbeiter oder Fassadenkletterer. Soll ich euch was verraten? Ich bin auch einer. Ich habe das mal gelernt. Also ich habe so ein Seminar mitgemacht, über eine Woche oder zwei Wochen ging das. Und Prüfung gemacht. Und bin dann immer im Blitzschutzbereich, wo ich ja mein Geld verdiene. Als Monteur habe ich dann noch gearbeitet teilweise. Habe ich mich an den Hochhäusern und so abgeseilt und habe Blitzarbeiter montiert. Ist auf jeden Fall ein cooler Job, wenn man darauf steht. Also keine Höhenangst hat. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Jetzt müssen wir hier rechts rum. Ach ja, stimmt. Das ist ja diese grauenvolle Strecke mit diesen Panzerplatten. Aber das stört mich jetzt hier eher weniger. Ich werde nur vor, falls jemand hinter der Kurve steht. Gut, die Strecke habe ich ja auch schon gefilmt. Also deswegen mache ich jetzt die Kamera mal aus. Wenn ihr sehen wollt, wo es hier lang geht, müsst ihr das Video schauen. Ich verlinke es am Ende des Videos hier. Da war ich mit dem Brian auch unterwegs. Da sind wir auch hier lang gefahren. Ja, das sind tolle Aufnahmen. Ich habe gerade irgend so ein Ding verloren. Aber, also fragt man sich manchmal, der fährt hier mit 100 auf der Landstraße. Ihr habt ja die Ladungssicherung selbst gesehen, ja. Naja. Hauptsache, ich kriege keine Rübe ab, wenn er hier wieder vorbeifährt. Ah, ich muss jetzt nach links. So, ich fahre jetzt schon eine Weile einen Berg hoch. 5% vielleicht. Aber kontinuierlich. Also es geht hier, ja, seht ihr vielleicht im Höhenprofil, ein Mäuselwitz. Ja, berghoch. Und der Akku zeigt drei Striche. Ja, ich denke mal, wenn ich da oben dann angekommen bin und es wieder gerade ausgeht, werden dann wieder vier Striche, wenn nicht sogar fünf Striche draus. Bei circa 23 Kilometer bin ich jetzt. Ich glaube auch, das ist der einzige Berg dieser Größenordnung, den ich erklimmen muss. Aber es war überhaupt nicht anstrengend. Ich habe ja die ganze Zeit die zwei drin. Und bin kontinuierlich hier mit dem zweiten Gang vor mich hingestrampelt mit 14 kmh. Ja, und ich bin nicht wirklich kaputt. Also man merkt es minimal in den Beinen. Ja, habe ich recht gehabt. Vier Striche sind draus geworden. Der fünfte kommt nicht wieder. So wie es aussieht. Geht noch minimal bergauf. Aber ich bin vor Willen durch das HNF Nikolai mit den 1100 Wh. Da habe ich frühestens bei 50 Kilometer den ersten Strich weg. Ja, klar, dass es hier schneller geht, ja. Aber ich bin zufrieden soweit. Passt schon. Halbzeit. Also fast. Aber, schaut mal, gerade ist der Akku auf zwei Striche übergesprungen. Da ich schon wieder ein paar Berge erklummen bin. Ich fahre jetzt sogar im ersten Gang. Wenn ich dann mal ein Strich angezeigt bekomme, werde ich wahrscheinlich eine Pause machen. Einen Kaffee trinken und nachladen. Ich bin jetzt hier in Altenburg. Allerdings auf einem neuen Radweg, so wie es aussieht. Bei nächster Möglichkeit rechts abbiegen, danach links abbiegen. Da habe ich mir wohl das Streckenprofil schlecht gemerkt. Als Altenburg hat es nochmal in sich. Einige Berge. Ich fahre jetzt wieder so einen Steinberg hoch wie ein Mäuselwitz. Und das mit zwei Strichen auf dem Akku. Zwischendurch waren wir bei drei, aber die meiste Zeit bei zwei. Ich habe jetzt 37 Kilometer weg. 28 muss ich noch. Ja, aber das sind die Berge. Die merkt man. Die fressen den Akku. Das sind die Zerstellen. Ja. 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 beste radweg verhältnisse sage ich euch hier schaut euch das mal an optimal hier bin ich schon mit dem modi auto lang der aggo zeigt jetzt einen strich an oben am berg angekommen war ein strich noch da und ich bin jetzt bei knapp 45 kilometer aber hier gibt es auch keine schöne stelle wo man einfach mal anhalten kann wo man sagen kann hier ist es schön da hat der brein schon recht die sträcke zum brein ist nicht wirklich empfehlenswert ja ich habe bestimmt voll den abdruck oder fühlt sich so an habe ich doch das solarpanel ganz unten drunter hingepackt weil das da so schön reinpasste jetzt muss ich das alles raus räumen naja was soll es habe ja zeit bin ja nicht auf der flucht ist ja erst halb drei fünf nach sieben nach halb drei und ich habe ja noch zeit 20 kilometer ist in anderthalb stunden gefahren genau und so kann das hier schön nachladen werde ich noch das solarpanel dranhängen ich sehe gerade so 100 watt gehen ungefähr mal raus aus dem ding da also es lädt relativ schnell nach 120 watt modul 90 watt gehen aktuell rein ungefähr 100 watt gehen raus habe ich ja gerade schon gesagt ja deswegen habe ich jetzt schon ein 10 prozent verloren alles klar jetzt mache ich mal einen kaffee habe ich mir verdient das tut gut fertig gemisch kaffee und es schmeckt gut also es tut gut und schmeckt gut also allein hier zu sitzen keine ahnung der wind ist halt bisschen nervig ich habe jetzt vorhin tun hier meinen weil ich meinen windschutz nicht mit habe meinen tisch hier habe ich da vorgestellt vom kocher ja dann habe ich gerade eine breite nachricht geschickt wenn man kam die windböe bumm tisch umgefallen kocher umgefallen war so umgefallen da habe ich im brein gleich mal bescheid gesagt bring mal bitte noch eine flasche wasser mit für mich für die rückfahrt weil meins reicht nicht denke ich mal naja ich mache dann die kamera wieder an wenn ich losfahre die muss eben ein bisschen nachladen und ich bleibe jetzt hier eine halbe stunde sitzen bis halb vier oder so und dann habe ich immer noch genug zeit bin keine zwei kilometer unterwegs schon wieder geht es nur bergauf ja und da habe ich schon wieder einen verloren toll noch notfalls fahre ich ohne akku weiter ist auch kein problem ich habe das gar nicht in der grafik so erkannt dass es solche berge dazwischen sind nun ja die letzten zehn kilometer ja immer noch zwei striche aber die werden bestimmt gleich weg gehen ich bin nämlich gerade wieder an einen berg ich muss jetzt hier wieder auf stufe zwei schalten ich bin nämlich jetzt ganz oft auf stufe eins gefahren ja und wenn es gerade ausging habe ich es ausgemacht man muss glaube ich bedacht erfahren bei diesen geringen wattstunden um so nicht distanz mit diesem gewicht hinten dran zu bewerkstelligen und ich habe auch ersten mangel festgestellt am fahrrad scheint produktionsfehler zu sein hoffe ich man hört es vielleicht jetzt gar nicht aber am pedal gibt es immer so ein klack 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 also direkt im pedal naja hört man es nicht aber ich merke es am fuß und das ist bestimmt ein lager oder so hier muss ich nachher mal gucken ob man da irgendwas festdrehen kann jetzt geht es bergab immer noch zwei striche gut oh zehn kilometer jetzt geht es nur noch bergab bestimmt hier wunderschöne landschaft ja gut hier rechts nicht aber links schöne bäume so 35 kmh kann man ruhig fahren macht das per fahrrad mit der anhänger mit der anhänger sowieso also das ist kein problem ja fühlt man sich pudelwohl so Bis zum nächsten Mal. Ui, hier ist es richtig frisch, mitten im Wald. Und rechts, da in Duferrenne würde ich jetzt sagen, da fließt ein Bach. Aber es ist ein Fluss. Ja, da fahre ich jetzt noch ein Stückchen lang und da müsste ich eigentlich gleich da sein. Ich habe jetzt einen Akku ausgeschalten, habe es immer noch zwei Stiche, aber Brian sagte mir, am Ende kommt noch ein Berg. Die hebe ich mir mal noch auf. Alter, das schaffe ich nicht, oder? Ach du Scheiße, was hat denn da Brian mir hier angetan? Ich fahre das erste Mal im Stehen. Unterstützungsstufe 5. Aber der Motor macht jetzt hier nicht mit. Ich fahre zu langsam. Fehlt einfach die Kraft. Ui. Ob ich überhaupt richtig bin? Oh, meine Muskeln brennen. Ah. Was ist denn das für ein Scheiß? Ist das dein Ernst? Das ist doch niemals mit dein Anhänger hier hoch. Oh, jetzt habe ich einen Strich. Oh, meine Beine brennen. Heftig. Ich brauche eine Pause. Ist 400 Meter vorm Ziel. Also das seht ihr jetzt nicht. Also hier geht es ja, aber da hinten der Bereich. Bestimmt 80 Prozent, nenne ich es gar 90. Ja, also ich bin eigentlich fast am Ziel. Irgendwie will er mich hier schicken und dann wieder zurück. Glaube ich aber nicht, weil der Brian hat mir was anderes erzählt. Ich werde ihn jetzt mal anrufen. Dann soll er mich abholen. So ein schmalen Pfad hoch, wo man von oben nicht runterfahren soll. Da steht da Fahrradabsteigen. Das waren bestimmt 20 Prozent. Also falls du dich damit auskennst. Äh, alles klar. Jetzt wirst du bist von unten gekommen. Die Straße weiter hoch. Die Straße hoch und ich komme dir entgegen. Ah Gott, das hat er nicht mit Absicht gemacht scheinbar. Also von unten gekommen. Wo soll ich das da kommen? Von oben oder was? Ja, ich bin doch gerade hochgefahren. Ich denke mal, ich muss hier weiter hochfahren. Ja, schafft das jetzt mein Akku? Ja, der kommt doch nämlich schon. Ah, okay. Mensch, Freund. Kann sein, dass du mich jetzt schieben musst. Die letzten Meter haben mein Akku gezerrt, aber es geht noch. Ich wusste gar nicht, dass du da von da unten kommst. Ich auch nicht. Aber mein Name, meine App hat mich da lang geschickt. Wo soll ich sonst herkommen? Von da oben. Okay, also da von oben. Ja gut, wir fahren erstmal in die Richtung und dann machen wir kurz ein Pause. Meine Beine brennen immer noch. Gleich da, sagt er. Nur berg hoch geht's hier. Toll, Brian. Wo ist denn Sonne? Ich würde meine Akkus laden. Ich will ja, dass das Video gar nicht so lang geht. Deswegen werde ich das an der Stelle beenden und dann einen Teil 2 drehen. Gut, Fazit gebe ich wahrscheinlich in Teil 2. Ja, weil ich muss ja noch zurückfahren und dann macht das am ehesten Sinn. Gut, Brian. Wir bauen jetzt mal hier unser Lager auf. Wo stehe ich denn eigentlich dann mit meinem Zelt? Das musst du dir jetzt selber raussuchen. Okay. Wie es wirklich am besten ist. Da, wo es eben ist halt. Ja. Oh, das seht ihr alles in Teil 2. Also, danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg. Ja, Brian auch. Ich glaube, es ist ein Teil 3. Ich glaube, es ist ein Teil 3. Das ist ein Teil 3. Ich glaube, es 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 ist ein Teil 3.